...absinken könnte. Oh, der hat mal ganz schön... Test, Test. Ganz schön klick. Hier ist ein Brumm drauf, Glenn. Das muss auch so sein. Das muss auch so sein. Fahr mal den Equalizer ein bisschen runter. Hat das eine Gitarre? Gib mal lieber 4 Dezibel für den Sendeton rauf, weil ich hab hier lieber einen Überwellschallfrequenzbrecher drin. Das ist doch Facksprache. Als Moderator muss man einfach von allem was verstehen. Ja, man muss Generalist sein in diesem Job. Hallo, liebe Heavy-Metal-Freunde. Das, meine Damen und Herren, ist die aktuelle DVD, die 25 Alive Bone Shaker. Und das ist die CD Hammered. Live daraus jetzt Shut Your Mouth, Motorhead! Das, meine Damen und Herren, ist die CD Hammered. Das, meine Damen und Herren, ist die CD Hammered. Du bist in der crümen Käther. Du bist in der Krümen Käferer. Du bist in der KrümenМestartist-Link-Erm irgendwie das énormément hier einfacher. Das, meine Damen und Herren, ist die CD Zoe? Da ist sie nicht untertitelt, was sie nicht untertitelt. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020